So, hallo liebe Freunde. Jetzt muss ich schon auf meinem kleinsten Kanal aufpassen, was ich sage oder was ich für eine Audio abgebe hier. Diesen Kanal nutze ich eigentlich nur, um die Links für Steam oder so raus zu kopieren. Wenn ich irgendwelche Beiträge oder andere Sachen in Steam veröffentlichen möchte oder auf Steam. Vor einiger Zeit habe ich eine Audiodatei, die extra von der Frau gewünscht wurde, veröffentlicht und kriege jetzt diese Schreiben hier. Okay Leute, alles andere schriftlich bei Steam.